kleine drecksnote folgt die mir raus ich glaube ich lasse mich umbringen folgst du mir raus? die folgt mir nicht raus aber die kommt immer wieder ich habe meine nadel gar nicht mehr ich lasse mich töten das geht doch mal nicht ich habe meine nadel nicht mehr die habe ich bei der einen puppe habe ich die liegen lassen wahrscheinlich deswegen bruder die ist level broken also also das war nicht sie das ist ein freak also es ist jetzt doch die hier oh du Junge das wechselt alter das ist doch was soll die scheiße also wir rennen durch alter hier ist nix ciao ich bin weg hier nix hello gibt's mir gern ich meine bei welchem äh stück du schlampe na komm doch oh aber gib mir mal messer wieder also welcher fuck komm schon alter ich brauch da gar nicht eh drücken äh da der gar ich brauch da echt nicht eh drücken die ich brauchen jetzt ist es die da ja 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 okay falls es sie ist ich glaube nicht es ist glaube die linke hier fuck ich hab mein messer nicht leute egal die geht da hoch easy na gehst du weiter drehst du dich um hallo okay ich hab mein messer da ciao see you later geh ähm uh perfekt junge wie viele es von der gibt oh ist die nicht die nein dicker es gibt's nicht alter boah ey was bist du denn für eine dumme kuh da kannst du nicht mal die nicht mal wirklich erraten welches äh genau ist ja guck mal ne töte mich ich muss noch mal kurz gucken hä wieso irreführende titel bruder ich weiß nicht was du meinst so wir versuchen es aber guck mal ist es sie? ja also stirbst du gerade oder? so ich weiß nicht ob sie ist deswegen nein sie ist es nicht hört die mich wenn ich wenn ich renne die hört mich schon gell oh mein gott dein ernst ich dachte du kommst nicht raus dicker die du hast verarscht mich hardcore Junge die Toskant oh da willst du momentane teleportation aber hardcore modus so die geht jetzt da hoch die hat dings digger wie hieß das von smite ähm ah warte ich weiß nicht weil das ist doch fucking ich renne nochmal durch oh da wird sich ich renne scheiße nochmal durch so hier kommt sie hier nicht das ist doch behindert das ist immer zufall welcher ist es digger die hat bei berus gelernt ich schwörs dir hallo es verschwindet endlich also mein scheiß her ich bin weg was gibt's denn da drüben eigentlich an sich weiß ich gar nicht wirklich äh wo ich hin muss Junge ist da irgendwas im Schrank da ist sie My dream of going to Chiang Mai is over. Also irgendjemand wollte irgendwo hin, aber ich habe gerade keine Zeit zu lesen, weil da eine Schlampe rumgammelt. Okay. So. Das kann nicht sein. Ähm. Gab es die Puppen im Sale? Das war Steam Summer Sale, Diggi. Hat ja zugeschlagen, was will ich machen. Kann ich kurz mal gucken, was ich da habe. Ähm. Diese Blätter. Wann ist das da? Oh Bruder, gib mir Zeit zum Atmen, Diggi. Gib mir nicht mal Zeit zum Atmen. Guckst du jetzt. Oh nein. Fick dich selbst. Ah. By the way, Leute, wir müssen eine Kombination finden, immer noch. Und ich habe immer noch nichts gefunden. Ich habe noch nichts gefunden, Alter. Wo ist sie? Da. Da ist sie. Im Schrank neben mir. Ja, das ist nur ein bisschen Leben. Mehr weiß nicht. Wo war die? Kleine Nutte. Ach. Ich krieg ein Junge. Ach. Hat irgendjemand irgendwas gesehen? Also guck mal. Hier steht eine Acht. So. Ähm. Die Zahl hier ändert sich immer, oder? Ja. Davor stand eine 7 da. Okay. Wir machen das jetzt so. Gib jetzt auch den Pick auf alles hier. Nein. Nein. Dein Ernst jetzt? Wie oft bin ich von gestorben? Ja. Die ändern immer diese Zahl, Alter. Jetzt steht wieder eine 7. Mit drei Punkten. Bedeutet die Punkte auch was? Ach, das ist die für in der Mitte, oder wie? Nee. Nee, mit durchrennen wird das echt gar nichts. Was? Also gut. Ich brauche jetzt eure Hilfe. Irgendjemand muss mir die Zahlen merken, Alter. Ja. 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 Ich würde am liebsten alles abbrechen. Okay. Ähm. Also wir brauchen die nächste Zahl. Ich sehe hier nichts an den Wänden. Nichts an den Wänden. Die zeigt mir irgendwie in die Richtung, aber ich glaube das ist scheißegal. hier ist gar nichts an den Wänden. Kann ich hier durch. Leck hoch. Wieso ist denn das jetzt abgeschlossen? Nein. Lass mich in Ruhe. Das gibt's doch nicht. Wie soll ich bitte gegen dich gewinnen? Warum hast du Probleme in die? Lass mich in Ruhe. Dumme Kuh. Was? Die mittlere Zahl fehlt jetzt. Ich sehe hier halt auch gar nichts. Oh, warte. Da ist die nächste Zahl. Acht. Acht mit zwei Punkten. Keine Ahnung was das bedeutet. Die zweite Stelle. Okay. Acht mit zwei Punkten. Oh Gott. Oh. Meine Fress war das gerade knapp. Uiuiuiui. Ähm. Also 8 mit zwei Punkten. Ja. Wenn du jetzt im Schrank nachschaust Stech dich ab, Alter Eine Zahl fehlt uns noch Ey Ich krieg einen zu viel, Mann Wie soll man das denn wissen Wo sie auf einmal auftaucht Mach ich das jetzt eine 2 Ja guck mal Da müsste ich doch jetzt eine 2,7,8 sein, oder? Also wir versuchen es jetzt mal Die 2 war gerade Wie viele Punkte hatte die 2 gerade? Scheiße Ich glaub die 2 waren, äh, Stelle 3 Ja Confirm 3 Punkte, ok Ne Geht nicht Geht nicht Also 7 8 2 2 Ich kann nicht Confirm drücken, Alter Kapier ich nicht Ja Wahrscheinlich, gell? 1 2 1 1 2 2 3 3 3 3 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 6 6 7 6 8 6 6 7 7 8 9 9 10 9 10 10 10 12 12 12 9 10 10 10 10 13 15 12 13 14 15 14 15 15 ja kann sein aber ist jetzt scheißegal weil die nächste zahl jetzt ist jetzt die 1 das heißt alle anderen die beiden anderen können wir im leben nicht wissen so müsste ich ja jetzt alles ausprobieren egal wir gehen jetzt mal durch schauen dass wir was finden hier ja Fuck, man, Alter. Ich kotze ab. Das ist doch unmöglich. Abgeschlossen. Und drei. Eins, drei. Drei an erster Stelle. Die kann ich doch gar nicht da gesehen haben. Das kann doch gar nicht sein, Digga. Normalerweise verschwindet die doch danach immer. Oder muss ich das hier machen? Ah, so verschwindet sie dann. Gibt es irgendwas zum Heilen? Oh. also an sich war es bis jetzt so wie es beobachtet habe scheißegal weil die bei beiden ein von den beiden ich kann nichts dagegen machen okay okay so die nächste ist es drüben aber das schaffe ich jetzt echt nicht hin ich habe es fast ich habe kaum noch leben okay ich habe es aber sonst keine zahl gesehen ich habe es nicht mehr lang war da oh gott ich hasse dich Nein, komm schon Nein, Bruder, überleb Überleb, Bruder, kämpf Töte sie Hat sie irgendwo Drogen für mich? Komm, ich brauche Drogen Gib mir ein bisschen Drogen Boah Unten ist noch ein Gang Okay Weil hier oben ist, glaube ich, nichts mehr Hier oben ist echt nichts mehr Was machen wir denn? Rennen wir um unser Leben? Oder Dreckspotze, Alter So Hier muss irgendwo auch eine Zahl sein Komm schon Gib mir eine Zahl Drei Äh Fuck Nein, Digga Ich hatte es Nein Ich hätte sie abstechen sollen Ich hätte sie abstechen sollen